Herbstein ist eine Stadt im Vogelsbergkreis in Mittelhessen, Deutschland. Seit 1962 ist die Stadt ein anerkannter Luftkurort und seit 2000 zusätzlich ein staatlich anerkanntes Heilbad mit nach eigenen Angaben Hessens höchster Heilquelle. Geografie Herbstein liegt auf einem ehemaligen Vulkankegel an der Ostabdeckung des Vogelsbergs. Die Kernstadt liegt an der Deutschen Märchenstraße, die von Hanau nach Bremen führt. Die Großgemeinde liegt im Naturpark Horvogelsberg. Ihr niedrigster geografischer Punkt befindet sich auf 270 Meter über NN im Bereich Stockhausen. Die höchste Erhebung bildet der Geiselstein im Oberwald mit 720 Meter. Herbstein grenzt im Norden an die Gemeinde Lautertal, die Kreisstadt Lauterbach und die Gemeinde Wartenberg. Im Osten an die Gemeinden Großenlüder und Hosenfeld, im Süden an die Gemeinde Grebenhain sowie im Westen an die Stadt Schotten. Die Kommune besteht neben der Kernstadt aus den Stadtteilen Altenschlöf, Lanzenhain, Schlechtenwegen, Steinfurt, Rixfeld, Schartges und Stockhausen. Geschichte Herbstein wurde im Jahre 1011 in einer Schenkungsurkunde des Klosters Fulda als Heribratschusun erstmals erwähnt. Als Villa bezeichnet war es Grenzdorf des Fulda-Klosters. Im Jahre 1262 erhielt der Ort das Stadtrecht 1545 Lk-Sekunden-Marktrecht und 1722 einen Wiemarkt. 1258 zu 1271 wurde die heute noch erhaltene Stadtmauer errichtet. Sie hat drei Wehrtürme und ist heute an drei Stellen begehbar. Sie war ursprünglich 800 Meter lang und hat eine Wandstärke von 1,40 Meter. Das Mauerwerk besteht aus Basaltmaterial. Durch die Stadtmauer erhielt die weithin sichtbar auf einer Anhöhe liegende Ansiedlung mit ihrer ausgeprägten ringförmigen Straßenanlage, die die Stadtpfarrkirche wie eine Wagenburg umgibt, ihre heute noch sichtbare wehrhafte Gestalt. Zur Finanzierung dieser Befestigung musste die Abtei Fulda Besitztümer im Gebiet der Stiftshameln verkaufen. Innerhalb der Ringmauer befand sich eine östlich des heutigen Marktplatzes errichtete Burg, die 1642 zerstört wurde. Nähere Hinweise auf sie fehlen, abgesehen von dem unterirdischen Gewölbekeller, den man mit ihr in Verbindung bringt. Bis 1802 gehörte die Stadt als katholische Enklave im evangelischen Rätselschis-Jank-Elland zur Fürstabtei Fulda. Es folgte eine kurze Zeit wechselnder Herrschaften, bis Herbstein 1810 zum Großherzogtum Hessen kam. Dort war es seit 1821 kurzzeitig Sitz des Landratsbezirkes Herbstein. Von 1853, 54 bis 1968 gab es ein Amtsgericht in der Stadt. 1907 zerstörte ein großflächiger Brand 64 Gebäude in der Innenstadt. Das daraufhin 1910 neu errichtete Rathaus ist ein markanter Fachwerkbau mit reichen Fachwerkverzierungen. Das Stadtwirtshaus im Westflügel ist seit 1919 in Privatbesitz. Daneben befindet sich das einstige Amtshaus der Stadt Schulteißen, der bis 1802 offizieller Vertreter der Fürstabtei Fulda in der Stadt war. Das aus dem 16. Jahrhundert stammende Gebäude beherbergt heute die Stadtapotheke. Im Rahmen der hessischen Gebietsreform wurden sieben ehemals selbstständige Gemeinden mit weit überwiegend evangelischer Bevölkerung in die katholisch geprägte Stadt Herbstein eingegliedert. Es handelt sich um die Dörfer Alten Schlürf, Lanzenhain, Schlechtenwegen und Steinfurt, die mit Wirkung vom 31. Dezember 1971 sowie um Rixfeld, Schartges und Stockhausen, die am 1. August 1972 eingemeindet wurden. Politik Die Kommunalwahl am 27. März 2011 lieferte folgendes Ergebnis. Ortsvorsteher von Herbstein ist Martin Ruhl. Die Stadt Herbstein unterhält partnerschaftliche Beziehungen zur belgischen Gemeinde Ölegelm seit 1968 und zur Stadt Heß in Ungarn seit 1995. Kirchen Katholische Kirche Sankt Jakobus Die Bevölkerung Herbsteins ist weit überwiegend katholisch, weil es jahrhundertelang zum Fürstbistum Fulda gehörte. Die katholische Kirche Sankt Jakobus in Herbstein bildet den Mittelpunkt der Stadtanlage. Die Pfarrkirche ist ein dreischiffiger, in der Höhe gedrückter Hallenbau um 1500. Beiderseits des Westturms und zu beiden Seiten des Goris wurden Ende des 17. Jahrhunderts Seitenräume mit Arkadenöffnungen zum Innenraum angefügt. Ihr Inneres wird durch Schnitzereien, Reliefe und Fresken geschmückt. Darunter die überlebensgroße Mondsichel Madonna am ersten rechten Mittelpfeiler im Langhaus. Sie stammt aus dem 16. Jahrhundert. Aus dem Ende des 15. Jahrhundert stammen die Fresken der Kreuzigungsgruppe sowie das Schweißtuch der Heiligen Veronika und Sankt Michael im Kampf mit Zeichnung der Gewandung und der Gistik. Außerdem befindet sich dort die Darstellung des H.L. Michael mit dem Schutzmantelmotiv darunter die Leidenswerkzeuge Christi. Auf dem Hochalter ist die Kreuzigungsgruppe. Dazu finden sich spätgotischen Statuen von Petrus und Paulus, ein barockes Vesperbild und der H.L. Jakobus die Kirche ist heute eine bedeutende Station zur Besinnung für Wanderer und Pilger auf dem Abschnitt des Jakobswegs, der von Bremen in Thüringen bis Münzenberg in der Wetterau führt. Die Evangelische Kirche in Herbstein befindet sich neben dem Rathaus an der Stadtmauer. Sie wurde 1882 eingeweiht und 1888 mit einem Turm versehen. Ihr Inneres wird durch Wandgemälde aus der Feder des Kirchenmalers Kurzgrieber geziert. Die Kanzel stammt aus der 1873 abgebrochenen Lauterbacher Totenkapelle. Der Flügelaltar, der die Auferstehung Christi zeigt, wurde zum 100-jährigen Bestehen der Kirche von Skriba gestiftet. Sehenswürdigkeiten In Herbstein befindet sich ein Fastnachtsmuseum. Dieses Museum erinnert an die seit 1672 bestehende Fastnachtstradition des Ortes. Dieses wurde 1983 in dem Gebäude des ehemaligen Amtsgerichts eröffnet und ist seit Mai 2008 mit dem Stadtmuseum in der Obergasse 7 vereinigt. Das ein Apothekerzimmer aus dem 19. Jahrhundert, eine Puppensammlung, das ehemalige Bürgermeisterzimmer und eine optisch-akustische Darstellung des Stadtbrands von 1907 zeigt. Im Sommer 2011 wurde auf dem Gelände des Kolping Feriendorfs entlang der Premium-Wanderwege Vulkanring und Felsentour Herbstein der erste Bibelpark Deutschlands eröffnet. Hier sind Bauwerke aus dem Alten Testament in Holzbauweise nachgebaut. Viele von ihnen entstanden in Seminaren und kirchlichen Rüstzeiten, die im Kolping Feriendorf stattfanden, bei denen Bundeswehrsoldaten aus den Einsatzgebieten ihre Erlebnisse verarbeiteten. Manche Arrangemasse wie die Archenua oder der Turmbau zu Babel sind begehbar und auch als Kinderspielgeräte benutzbar. Der Park ist barrierefrei erreichbar, ein Eintritt wird nicht erhoben. Das Herbsteiner Gewölbe ist ein System an Kellern und Gängen in etwa 10 Metern Tiefe unter der östlichen Stadtmauer, das 1975 für den Fremdenverkehr restauriert wurde und in Teilen heute im Rahmen von Führungen zugänglich ist. Seine vulkanologische Entstehung ist einem gashaltigen Vulkanausbruch zuzuschreiben, der Schlacken und vulkanische Aschen nach oben förderte. Diese Schicht unterlag nicht der Erosion, da diese später von einem weiteren Ausbruch überdeckt wurde, der nach der Abkühlungsphase erhärtete und die Tuffschicht konservierte. Im Mittelalter wurde die leicht zu bearbeitende Schicht ausgehöhlt. Es entstand ein Keller, der UAR, in den Komplex der Herbsteiner Burganlage einbezogen wurde. Die Rotfarbung der Gewölbekellerwände deutet auf tropisch hohe Temperaturen nach dem Vulkanausbruch hin, der lateritfarbene Eisenoxide entstehen ließ. 2011 wurde die Anlage von der Deutschen Vulkanologischen Gesellschaft Sektion Vogelsberg mit der Auszeichnung Geotop des Jahres bedacht, Infrastruktur und Tourismus. Die Oberwaldbahn von Stockheim nach Lauterbach ist stillgelegt. Es verkehren Busse nach Gedern bzw. Lauterbach sowie nach Altenschlürf über Rixfeld. Herbstein liegt an der B275 Bad Schwalbach. Seit der Erbohrung einer 32,6 Grad warmen in 1000,05 Meter Tiefe befindlichen fluoridhaltigen Calcium-Natrium-Sulfa-Thermalquelle im Jahre 1976, richtete sich die Stadt zunehmend auf den Kurbetrieb aus. 1980 wurde das Thermalbewegungsbad, die heutige Vulkantherme mit Kurmittelhaus eröffnet. Im Foyer befindet sich der Trinkbrunnen, aus dem das Herbsteiner Heilwasser verkostet werden kann. Sauna- und Bistrobetrieb mit Caféhaus-Terrasse kamen hinzu. Seit 2008 befindet sich auf dem Außengelände der Vulkantherme ein Reisemobilstellplatz. Eine Ärztezentrum mit Badearztpraxis wurde im Dezember 2012 eröffnet. Von der Vulkantherme aus besteht direkte Anbindung an die Wanderstrecken Felsentour Herbstein und Vulkanring Vogelsberg, an den Vulkanradweg sowie an die Terrainkurwege im Kurpark. Der weitläufige Landschaftskurpark ist in die Wiesenlandschaft zwischen Vulkantherme und Haus des Gastes eingebettet und wird vom Eichhölz-Jesbach durchflossen. Dieser speist den Kurparkteich. Im Norden grenzt der Park an das Waldgebiet rund um die Schalksbachteiche. Innerhalb des Kurparks befinden sich die Terrainkurwege, der Minigolfplatz sowie eine Bullbahn. Die Parkanlage wurde durch Accessoires der Bundesgartenschau 1989 in Frankfurt möbliert, so ZB, durch Flüsterschalen und eine Riesenrutsche für Kinder. Das 1985 erbaute Haus des Gastes dient als Starthalle für gesellige Anlässe. Es bietet Platz für ca. 300 Gäste, verfügt über Bühne, Kegelbahn, elektrische Orgel und ist barrierefrei zugänglich. Eine großzügige Außenanlage mit PITT, Petspielmöglichkeit, Grillofen und Pavillon rundet das Angebot ab. Zurzeit wird das Haus nicht ständig bewirtschaftet. Vor dem Haus des Gastes befindet sich die Herbsteiner Lebensspirale, ein Meditationsweg, der von einem Wasserlauf begleitet wird. Dieser symbolisiert den menschlichen Lebenslauf und regt an, über die Erfahrungen, die man typischerweise in den einzelnen Lebensabschnitten macht, zu reflektieren. Diese Außenanlage ist barrierefrei zugänglich. Ein Eintritt wird nicht erhoben. Die verkehrsberuhigte Zone zwischen Evangelischer Kirche, Marktplatz, Jakobusbrunnen, Fastnachts- und Stadtmuseum und Stadtpfarrkirche seingt. Jakobus ist barrierefrei. Für Menschen mit Mobilitätseinschränkungen bietet die Kurverwaltung Herbstein barrierefreie Stadtführungen im Sitzen an. Dazu werden an touristisch interessanten Stellen im engeren Stadtzentrum Sitzgelegenheiten aufgestellt. Die Gehdistanz beträgt nur wenige 50 Meter und das Gehtempo ist sehr langsam. Die Führung wird individuell an die jeweiligen Mobilitätserfordernisse der Menschen angepasst. Die Gehhilfen wie Spazierstock, Rollertor und Rollstuhl mit sich führen. Der Vulkanradweg führt in weitem Bogen um Herbstein herum. Er befindet sich auf der Trasse der ehemaligen Oberwaldbahn. Seit 2010 ist dieser Radweg Teil des Bahnradwegs Hessen. Zwischen Angang Mai und Ende Oktober verkehrt Radweg parallel der Fahrradbus Vulkan Express an Samstagen, Sonn- und Feiertagen. Der zertifizierte Rundwanderweg-Felsentour Herbstein ist 19 Kilometer lang und mit dem grün-roten Vulkan-Symbol markiert. Er startet und endet ab der Vulkantherme Herbstein oder ab dem Kolping-Feriendorf Herbstein. Er führt durch flachwelliges Terrain durch Wälder und Wiesen sowie vorbei an markanten Felsformationen in des Vulkanismus im Vogelsberg. Wie der Felsenruhe bei Herbstein sowie Burgfrieden und Diebstein bei Lanzenhain. 2011 wurde die Kurbetriebsgesellschaft Herbstein GmbH für ihr Angebot barrierefreier Stadtführungen im Sitzen mit dem hessischen Tourismuspreis in der Kategorie Nachhaltige Tourismuskonzepte ausgezeichnet. Zwei Jahre später kam die Kurverwaltung Herbstein in der Kategorie Touristische Marketingideen und Konzepte erneut unter die letzten vier Bewerber des von einer Fachjury durchgeführten Auswahlverfahrens für den hessischen Tourismuspreis 2013. Nominiert wurde ihr Angebot Wanderfahrten mit öffentlichen Verkehrsmitteln und einem Werbeblock mittendrin. Bilder von Sehenswürdigkeiten in Herbstein Vulkantherme Vulkantherme mit Café Haus der Asse Parkanlage an der Vulkantherme Brücke im Kurpark von Herbstein Begehbare Stadtmauer mit Eulenturm Blick von der Stadtmauer auf das Fastnachts- und Stadtmuseum Bayerns und Tiroler Pärchen Traditionsfiguren der Herbsteiner Fastnacht Jakobusbrunnen auf dem Marktplatz von Herbstein Persönlichkeiten Wilhelm Dersch Deutscher Historiker und Archiver Sonstiges In der Nähe von Herbstein befand sich vor der Wiedervereinigung Deutschlands im Jahr 1990 der geografische Mittelpunkt der Bundesrepublik Deutschland Veranstaltungen Vulkantrophie Herbsteiner Rosenmontagsumzug mit dem Springerzug Jungs Ihre